So, ich habe hier heute die Duftkerze von Nivea. Die Kerze, die riecht, also nicht wie eine Kerze oder wie eine eigentliche Duftkerze nach Jasmin, nach Orange, Zitrone oder hast du nicht gesehen, was für ein Duft? Nein, die riecht nach Nivea. Das gibt ja diesen typischen, guten Nivea Duft und genau danach riecht diese Kerze. Das ist super gut, einmalig schön. Was mir jetzt so auf den ersten Blick allerdings nicht gefällt, das ist, wie das da drin aussieht. Das ist so ein bisschen unordentlich, schmuddelig, sag ich mal. Aber darauf kommt es jetzt auch erstmal nicht so an. So, ich will dann das jetzt mal anzünden. So, mal sehen, wie die brennt. So, die Flamme, die steht erstmal gut. Flackert nicht. Es gibt ein schönes Licht. Es gibt ein schönes Licht. Es muss ja nur noch anfangen zu duften. Also, ich gehe jetzt erstmal Kerze. Ich lasse die mal einen Moment brennen und werde das in meiner Rezension dann natürlich dementsprechend niederschreiben. Erstmal, also hier geht es erstmal um die Flamme. Die Flamme, die ist total ruhig. Flackert hier nicht großartig, weil es großartig flackert überhaupt nicht. Die steht wie eine Eins. Genau so muss das sein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Also, ich gehe jetzt mal an. 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 Ich gehe jetzt mal an.